Musik Moin moin liebe Sportsfreunde, ich begrüße euch ganz herzlich hier in IQ's Kitchen und ich bin jetzt gleich auf dem Weg in mein Training und vorher habe ich mir gedacht, werde ich mir auf jeden Fall schon mal meine Post-Workout-Mahlzeit zubereiten aber es wird nichts Herzhaftes, sondern ein Post-Workout-Kuchen und zwar ein Bounty-Raffaello-Kuchen seid gespannt, das Ding wird bestimmt köstlich schmecken und was wir reinmachen, das zeige ich euch jetzt wir benötigen einmal natürlich Whey, hier im Geschmack Kokos dann habe ich noch Kokosraspeln, Backkakao das hier ist eine Mischung aus 25 Gramm Instant Oats und 15 Gramm Kokosmehl ihr könnt natürlich auch eins von beiden komplett verwenden, je nachdem was ihr da habt dann brauchen wir natürlich Backpulver ich habe hier meine Flavedrops, Vanille, Magerquark hier drin ist das Santangam, damit werde ich dann später die Füllung zubereiten ein Ei, das hier sind weiße Bohnen aus der Dose die habe ich einfach abgewaschen und ja dann abgetropft sind ich glaube 127 Gramm und dann brauchen wir noch eine Banane jo, also aufgepasst, wir legen los ja 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Vergesst nicht ein Däumchen da zu lassen, den Kanal natürlich zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Kamine aus IQ's Kitchen. Ciao, ciao.